Hallo Freunde hier, willkommen bei einem neuen Let's Play von FAKOI 4. Wir sind hier bei einer neuen Missionary. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe! Schieß los! AJ, wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor die Pleurs Männern finden. Das mache ich. So, dann werden wir mal hier an den Rauber steigen. So, ähm, ja. Ja. Ja! Geh! 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Angelegenheit. Ich hab das Erste. Gute Arbeit. Nur noch eins. Pass auf dich auf. Ich hab das Erste. 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 Gibt's doch nicht, wo ist die zweite... Scheibungs-Paket... Gibt's doch nicht... Gibt's doch nicht... Gibt's... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.